Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Nach getaner Arbeit im Garten kann es manchmal passieren, dass man ein Gartengerät versehentlich liegen lässt und es dort über einen längeren Zeitraum vergisst. Doch was passiert dabei? Kann das Gartengerät dann auch verwendet werden? Wir haben für ein Jahr drei Gartengeräte liegen lassen. In diesem Video zeigen wir euch, ob und wie diese Geräte darunter gelitten haben und welches es dabei am besten wegkam. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. In den letzten Jahren haben wir viele Gartengeräte von Wolfgarten, Gardena und Fiskars getestet. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einige Links dazu. Dieses Mal wollten wir wissen, was passiert, wenn wir Gartengeräte einfach liegen lassen und damit der Witterung aussetzen. Zuerst haben wir uns mit allen Geräten im Garten gearbeitet und die Beete aufgelockert. Anschließend trennten wir alle drei Aufsätze, ohne sie zu säubern, von den Stielen und legten sie unter einen Baum. Mit der Gießkanne simulierten wir den ersten Regen. Wir konnten ja nicht ahnen, dass es das ganze Jahr verregnet sein wird. Nach zwei Wochen werfen wir einen ersten Blick auf alle drei Gartengeräte. Sie sind nur etwas schmutzig, zeigen jedoch keinen Rest. Weder an der Klinge noch an den Nieten. Nach zwei Monaten wachsen schon Pflänzchen um die Hacken herum. Beim genaueren Hinsehen zeigt sich, dass alle Geräte dreckig sind. Immer wieder regnet es und die Erde wird hochgespritzt. Rost ist jedoch nicht zu erkennen. Drei Monate liegen die Gartengeräte schon unter dem Baum und sind zwischen den wild wachsenden Pflanzen kaum zu sehen. Jedoch noch immer kein Rost bei allen Gartengeräten. Insgesamt ein Jahr haben wir die Aufsätze von Wolfgarten, Gardena und Fiskars liegen lassen. Inzwischen müssen wir sie zwischen den Wildpflanzen suchen. Die Hacke von Gardena sieht gehaltert aus. Am Übergang zwischen Klinge und Halterung ist etwas Rost zu sehen. Ähnlich verhält es sich bei der Hacke von Wolfgarten. Auch hier ist etwas Rost am Übergang zwischen Klinge und Halterung. Beim Unkraut jeder von Fiskars haben wir damit gerechnet, dass die Nieten eine Schwachstelle sein könnten. Doch es ist weder an der Klinge noch an den Nieten Rost entstanden. Um alles besser erkennen zu können, reinigen wir die Gartengeräte mit einem feuchten Tuch. Die Hacke von Gardena sieht gut aus, die Klinge glänzt. Nur an der Halterung ist etwas Rost zu sehen, der sich auf die Klinge abgefärbt hat. Dort klebte dauerhaft Erde, sodass die Beschichtung nicht mehr standhielt. Die Hacke von Wolfgarten sieht auch nach dem Säubern nicht mehr schön aus. Sowohl an der Halterung als auch der Klinge befinden sich Flecken, die man mit dem feuchten Tuch nicht entfernen kann. Zudem hat sich der Rost am Übergang zwischen Halterung und Klinge gebildet. Nach dem Reinigen des Unkrautjäters von Fiskars waren wir erstaunt. Er glänzt wie vor dem Test. Nur an einer Niete konnten wir eine minimale Roststelle erkennen. Ansonsten hat dieses Gartengerät den Härtetest gut überstanden. Unser Fazit. Wir sind überrascht, dass alle drei Gartengeräte ein Jahr lang lieben geblieben sind, ohne völlig zu verfalllosen. Am besten hat dabei der Unkrautjäter von Fiskars abgeschnitten, der nur eine kleine, minimale Roststelle an der Niete zeigt. Den zweiten Platz bekommt die Hacke von Gardena. Auch sie sieht nach einem Jahr Regenwetter, Sonnenschein, Frösten und Schnee noch richtig gut aus und zeigt nur wenig Rost an der Klinge. Auf dem letzten Platz liegt die Unkrauthacke von Wolfgarten. Sie hat ebenfalls nur wenig Rost. Allerdings sind zusätzlich Flecken entstanden, die sich nicht einfach lösen lassen. Dennoch ist die Hacke weiterhin verwendbar. Auch wenn die drei Gartengeräte bei diesem Härtetest gut weggekommen sind, raten wir euch, diese regelmäßig zu reinigen und sie anschließend an einen trockenen, dunklen Ort zu lagern. So können sie euch viele Jahre im Garten unterstützen. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.